Runter geht's, in die Höhle! Hast du mich jetzt erschrocken? Sooooooo so unter mit uns und hier wieder hoch mit uns hier was interessantes ich glaube ich doch naja 5 eisenbrocken schlüpfte silbermine abgeschlossen story von kinderzimmer 13 ja mh kurin auch ja wir gehen mal rüber das königreich von agamemnan und per seuss ich sollte vorsichtig sein sprach's und zog die klingen es scheint gut bewacht zu sein bloß nicht sehen lassen sind wir hier abtrocknen ja komm mal gucken am besten ob du mich nicht pfeifen hörst ein pfeifen 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 ja Ja, klar. Ja, klar. So. Und dann einmal ... ... ein Führer tot? Ja. Okay, der gestorben hat er von der Klippe fiel. Dann zu dir, meine Teure. So. Es läuft, es läuft. Bevor wir nach Korinth schlendern. Wir gucken mal, Palast des Agamemion. Jetzt schließen wir erstmal die eine Gegend ab. Ja, ein Grab. Ich mag die Gräber eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, es kriegt etwas Abwechslung. Nein. So. Es ist immer gleiche Anführer töten und Schatz suchen. Ja, ich habe es geahnt. Rührt sich nicht. Nee. Dann müssen wir hier rein. Ja, ich weiß, dass ich Fähigkeitenpunkte habe, aber die würde ich mir gerne aufsparen. Hallo. Das können wir bewegen. Ein Schieberätsel. Ein Schieberätsel. Mal los. Vielleicht mal auf die andere Seite. Da ist was im Weg. Klugscheißer. Schnell, 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 zu langsam. Schnell, 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 schnell. dann darauf von hier aus ja warum wir da nicht von anfang an überspringen konnten ist allerdings ein rätsel alex ist doch sonst immer so kratzer noch mal nicht so dann nicht durch das ist das woher vor nicht reinkamen ist die stehle schon wieder controller leer irgendein akku ist immer leer was haben wir denn hier unten noch interessantes schlangen gott da gehen wir jetzt nicht drüber sooo 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 ja 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 ich frage dass ich das überhaupt lohnt sag mal ja 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 Finde ich darin wieder nichts. Na. Ach so, die ist schon tot. Die ist schon hinüber. Na. 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 Oh. Und du? Haben wir alle? Ne. Ich glaube jetzt haben wir alle. Ne. Hier kommen wir wieder hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Ich glaube dann. Ich bin so ein Entspannungsgeist. Ich bin so ein gemeinsames G Новiger. Aber ich bin so ein sehr. Ich bin so ein Trick. Ich bin so ein hart. Ich bin so ein glatt. Ich bin so ein Priv clinical in eine Form. Es ist sicher, wenn ich mich trage. Ich bin so ein Anunkach´s – Ich bin so ein Tier. Ich bin so ein Tier. Ich bin so ein Tier. Wo sind wir hier? Du Kino. Wie, mehr ist hier nicht. Und dafür der Aufwand. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wo? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, Icarus sagt, wir haben alle interessante Orte gefunden. Von außen zu sein? Das ist wieder unter uns irgendwo. Bestimmt in der Höhle, aus der wir gerade kamen. Ich habe mal irgendwas übersehen. Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Wollen wir aber nicht. Wir wollen hinein. Ich getümmel. Ich bestimmt noch verbereuen. Ich bin nicht mehr, lass mich! Stopp! Nicht so schnell! Stopp, stopp! Aber noch ist es nicht so weit. Ja. Ja. Ja, 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 ja. So, das gibt doch überraschend gut, muss ich sagen. Das Hammer! Oh, ein Athena-Hüftriemen. Dann pündern wir hier erstmal. So. Eben die Leiter. äh, ne, noch mal runter das ist ne Trusik gerade dann gehen wir noch ne Etage höher guck mal her was soll das werden? na, mach wohl jemand hinaus mit dir was versteckst du dich denn hinter dem Vorhang? bei bei Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich kenne mich weg. Ich kann mir schon wieder nichts weg. Das sind schon wieder zwei gegen einen. Ja! Nein 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 nein. nein 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 so weitermachen den verliere ich den verliere ich ja Ich habe es kaum gesehen. Was soll ich sagen? Scheiße. Ich brauche eine Giftresistenz. Schau. Mit Gift kann ich irgendwie so gar nicht. ich sehe jetzt was oder ist hier nichts ekarus da war so ich glaube das war es jetzt aber kopfgeräger in den hier ich habe es doch mal Das gibt keinen, das gibt keinen, das gibt keinen, das gibt keinen. Nein, 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 nein Was zur Hölle läuft hier falsch? Die Waage heißt Lügen. In den Dialogen. Heißt, die Waage Lügen. Ich dachte, das wäre ein Zeichen für, weiß ich nicht, Kompromiss, hätte ich jetzt gedacht. Oder als Handel. Oder Lüge? Ist aber schön, dass ich das jetzt nach 40 Stunden Spielstunden... 40 Stunden Spielstunden. Mein Deutsch ist wieder hervorragend. Das ist aber eilig, der Syltner. Ja, ich weiß. Ich weiß. Was soll ich sagen? Komm, fangen wir mit der an. Erstmal dich, erstmal den, erstmal den, erstmal den, erstmal den. Deckung des Maldemens. Wolf. Dann schlägt er weg. Nein. Lust auf ein Käppchen? Eigentlich nicht. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Peng. Das sind schon wieder 95 Millionen gegen einen. Nein. Was machst du denn? Die Ruin von Mykena. Hier lebte einst Perseus persönlich. Gegen den Kämpfen, die? Ich meine. Die Ruin von Mykena. Nein, 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 nein. Nein, 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 ist heute weg. Ich kann mich... Mach mal das so. Help mir, help mir! Die Frage ist, will ich das? Unglaublich, dass du immer noch stehst. Geht doch aus, machen Sie nicht so nötig! Nein, ich finde es zufrieden! So, die sind wir schon los. Die Regenmacherin. Genießt ihr die Stürze. So. So. Ich schreibe mich auch manchmal. Ich habe es ausgeschlagen. Die Tod müssen wir noch bestätigen. So. Ja, geil! Level 30 Rüstung. Stufe Gelb. Läuft! Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nee, aber das... Letztlich ein Gegner ist er etwas schwächer. Sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, hier. Ein Giftpfeil. Ja. Dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Ja, bitte. Ja, der merkt auch nicht viel. So. Ich lasse mich auch wieder da raus. Bitte schön. Dann war ich irgendwo eine Leiter. Da ist sie ja. Dip, 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 dip. Bevor wir die... Nehmen wir mal wieder die Truhe mit. Hm? Lass doch mal den armen Glut da in Ruhe. Die Stähle. Nee, Tafel. Uralte Tafel. Das ist keine Stähle. Du alte Tafel lag nur auf der Stähle. Stähle. Haha. Haha. Aua! Malaka, geh aus! Haha, Alexos. Haha. Das war Anführer Nummer 3. Hä? 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 Hier. Oh! Bitte sehr! Oh! Oh! Ah! Woher komme ich denn da hin? Hm. Hä? Oh! 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 ich muss nie hießen entschuldige so, hier ist einer so, bitte sehr hinaus mit dir in die große weite Welt ja, machen wir jetzt mal das Fragezeichen ja wie Kina abgeschlossen und hier machen wir einen großen Bogen so, stecken uns im Gebüsch schicken Icarus los was siehst du? ja, das ist da hinten komm, ruf mal schau mal zu die fähig sind wie wir da angeheuert haben nicht schlecht jetzt laufen die alle weg ich kriege keine Fähigkeiten punkte ah, die kommt schon zurück ja gut jetzt taktisch vielleicht ein bisschen unklug ach komm das sollte man hinkriegen ja ja, hab ich kaum gesehen ja, einer müsst ihr noch umschleichen da ist ja 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 so, wie ist das? so, wie ist das? Das scheint wieder eine Unterwasseraufgabe zu sein. Geschmeidig. Wie Alexius da mittlerweile runtersegelt. Den Kampf umgehen wir mal. Phyobische Lagune entdeckt. Das gibt zwei Schätze. Hinab ins kühle Nass mit uns. Ich habe doch irgendwo eine Quest offen, dass ich Heye töten soll, oder? Ja. 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 Na, ich sollte mir glaube ich mal. Luftwohling. Lass mich los, lass mich los. So. Oh, 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 oh. Bist du. Da bist du. Ja. Nee. So. Okay, vom Boot aus wäre es einfacher gewesen. Ich meine, ich hätte. Ich schau mal eben ins Queste Buch. Ja. Da gibt ich Artikel. Das ist der Speer. Höhlenziele. Das ist ein Tierquest. Ich synchronisiere Orte. Die Arena. Ja, ja. Töte Haie in der griechischen Welt. Da ist sie. Und ganz kurz. Vielen Dank.